Ho 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 Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush mit David. Hallo. Es ist die Weihnachtsfolge. Wir haben hier einen Weihnachtsbaum aufgestellt aus verschiedenen Lucky Blocks. Ich erkläre euch mal ganz kurz, welche das sind. Und zwar, wenn wir ins Inventar gucken, haben wir einmal die Forest Lucky Blocks, die Emerald Lucky Blocks, die Delta Lucky Blocks, die Good Lucky Blocks und die Wither Lucky Blocks. Der Baumstamm in der Mitte ist der Wither Lucky Block. Wir sind gespannt, was bei rumkommt. Ich zeige euch jetzt die Base. Und zwar habe ich mir diesmal zu Weihnachten gedacht. Ich mache ein Geschenk aus farbigem Bedrock. Das ist einmal roter Bedrock und einmal gelber Bedrock. Und die Wolle habe ich logischerweise da drin versteckt, beziehungsweise außerhalb. Hier gibt es ein Labyrinth hier innen drin. Und dann gibt es hier einen Weg einmal nach draußen. Dann muss man hier hin hüpfen. Und hier ist einmal die rote Wolle versteckt. Die kann man dann abbauen. Und jetzt beginnt es, David. Bist du ready? Ich bin ready. Dann 3, 2, 1, go. Ich fange erst mal mit denen an. Und ich weiß gar nicht mehr. Was? Oh mein Gott. Überall Dschungelbäume bei mir. Was? Wenn die jetzt wachsen. Das wäre so lustig. Geil. Oh mein Gott. Ich habe einen richtig krassen Bogen. Und einen richtig krassen Schwert. Ich habe eine krasse Chestplate. Und einen richtig krassen Potion. Ey, was geht denn jetzt ab, Mann? Hä? Was passiert hier gerade? Ich kann mich schon Richtung Mitte bauen. Ich komme zwar noch nicht in die Mitte. Ich will auch was vom Tannenbau. Was habe ich hier? Hardened Clay? Lol. Das gab es in der Version noch gar nicht. Deswegen sieht es so aus. Wundert euch nicht, warum das so eine hässliche Textur ist. Hä? Hä? Was? Was hast du bekommen? Schaut mal auf den Attack Damage. Das verrate ich jetzt nicht. Aber guckt euch diesen Attack Damage an, Alter. Junge, Junge. Das ist wahrscheinlich ein richtig OP-Schwert oder so. Äh, ja. Ich wusste nicht, dass die... Hä? Was habe ich denn jetzt? Ich habe irgendwas gesetzt. Hä? Oh! Ah, es passiert nichts Schlimmes. Jetzt sind nämlich bei mir die Emerald Lucky Block dran. Bist du schon in der Mitte? Nein, nein, nein. Nein! Verdammt, der Slime hat mich runtergeboxt. Kacke! Oh, Mann, Mann, Mann. Aber den kriege ich easy down. Wo ist er? Wo ist er, der Schlawiner? Oh, er ist selber runtergehüpft. Ist jetzt zum Glück doof. In der Mitte bin ich noch lange nicht. Was macht das? Ultratool? Okay. Oh, ich habe auch ein gutes Schwert. Ich habe ein Netastarsword. Was? Dann hast du die Widow Lucky Blocks geöffnet, ne? Genau. Was passiert bei mir? Ah, ein Goldblock. Ich bin hier in einem Gefängnis gerade. Ah, warte, mit dem Ultratool kann ich mich rausbauen. Oder fliege... Bei mir fliegt ein Redstone-Block. Lol. Ich bekomme aus den Good Lucky Blocks nur Erze. Und mit Stacks Nomader Lucky Blocks. Die sind halt gut. Zwei Stacks Nomader Lucky Blocks. Äh, okay. Jetzt kommen bei mir die Delta Lucky Blocks dran. Oh, oh. Zum Glück habe ich das alles hier im Griff. Was ist das hier für Star... Ich habe halt einfach so viel unnötiges Zeug am Start. Aha, das macht nicht so viel Damage. Das ist okay. Nein, schade. Oh, eine Potion wieder. Ah, David. Es wird spannend, glaube ich. Oh, es hat geleckt bei mir. Aber es gibt es nur bei mir. Ich habe eine Mystery Potion. Ah, ich muss raus hier aus dem Käfig. Äh, was? Oh, was sind das für coole Äpfel? Ich habe grüne Äpfel. Grüne Emerald Äpfel. Oh, ich könnte einen Cobblestone Generator bauen. Mache ich aber nicht. Weil man das nicht braucht. Oh, nein. Verdammt, 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 verdammt. Ich muss mich kurz umbringen. Nein. Mann. Und, oh, das ist cool. Damit kann ich GroKo Space wieder pranken. Hä? Hä, bist du hier? Nein, nein. Du machst aber Sachen. Ich mache Sachen. Du schießt Sachen hier rüber. Hä? Ich mache Sachen, aber ich bin nicht mit dir. Oh, no. Ich habe es überlebt. Geil. Äh. Eine Blaze. Was versuchst du? Was ist deine Mission? Ich habe eine Mission. Lass dich die Mission ausgehen. Nein. Ach so, du willst mit einem Lucky Boat dir einen Weg hier rüber boosten. Genau. Es klappt aber irgendwie nicht so ganz. Nee, ich habe nur noch zwei Pfeile. Hä, wieso habe ich jetzt keine Resistance mehr? Ich hatte gerade noch Resistance. Jetzt öffne ich die Good Lucky Blocks. Ja, ich lasse dich mal machen. Nee, ich habe auch keine Pfeile mehr. Geil. Oh, ich habe normale Lucky Blocks. Mit denen kann ich mich nach vorne bauen. Das haben wir hier. Oh Gott. Das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Ja, da kommt nur Erzzeug raus. Oder noch mehr Lucky Blocks. Äh, kann ich mal kurz ein Leg 1 machen? Wegen Items. Ja, mach jetzt. Ja. So. Was ist das für eine Hose hier? Oh, geil. Eine richtig gute Hose. Guckt sie euch an. Oh. Ja. Frohe Weihnacht, Alter. Halleluja. Ey, was machst du? Hast du wieder Pfeile jetzt? Ich habe wieder Pfeile bekommen, ja. Oh nein. Jetzt schießt er mich wieder ab. Die ganze Zeit. Moment, Moment. Ich will nur einen Weg haben. Soul Sand. Du willst nur einen Weg haben. Braucht man dafür einen Lucky Blocks mit mehr Lack? Oder ist es egal? Äh, weiß ich nicht. Ich habe wieder einen geilen Helm. Oh, Unbreakable und so. Oh, nice. Ich glaube, ich brauche die Mitte nicht mal. Du bist ja nicht mal in der Mitte. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist was gespawnt. Das muss ich zensieren. Was? Es ist was gespawnt. Das muss ich zensieren. Was ist passiert? Ich mache jetzt. Oh Gott. Ich darf das nicht vergessen. Ich muss einen Screenshot machen. Ich habe es eingesammelt. Scheiße. Junge. Ich kann dir das. Da. Ich werde gepannt auf YouTube, wenn ich das zeige. Zeig mir das nach der Folge. Ich zeige es dir nach der Folge. Ich setze es kurz unter die Base oder an die Seite der Base. Ich gucke es mir nicht an. Also, falls ihr jetzt gerade geplört irgendwas gesehen habt, dann liegt es daran, dass gerade ein Symbol aufgezeigt wurde. Oh, ich glaube, ich weiß, um was es geht. Ähm. Das ist. Das ist. Ich sehe das zum ersten Mal. Aber wieso ist das in den Lucky Blocks drin? Ich weiß es nicht. Wenn es um das Symbol geht, was ich meine, dann gibt es ja auch im Hindu. Ist das aber abgeändert ein gutes Symbol. Ich checke es nicht und ausgerechnet in der Weihnachtsfolge. Boah. Ey, wenn ich das vergesse zu zensieren, dann bin ich RIP. Ich erinnere dich dran. Ja, bitte, ey. Alter. Ich könnte auch Thumbnail machen. Nein, Mann. Junge. Ich bin in der Mitte übrigens. Was? Ja. Was? Oh, geil. Das ist ja noch viel besser als das Schwert. Junge. Geil, Mann. Was? Hä? Ich krieg Damage, wenn ich dich hitte. Ja, weil ich krass bin. Shit, wo ist der Bogen hin? Oh, okay. Junge! What? Was? Du hast Bad Lock unter mir abgebaut, Mann. Ja, der Lucky Block. Alter. Alter. Mann, du baust dich. Stimmt, ich kann mich auch mit Lucky Blocks bauen. Ja, natürlich. Alles, was man bekommt, darf man nutzen zum Baum. Oh, mein. Ja. Hab ich dich hittet? Nein, ich bin runtergesprungen. Ja, geil. Oh, nein, Mann. Oh, geil. Alter, was für ein nicer Safe. Versuchen wir mal. Was? Hast du gesehen? Ja, ja. Ich hab MLGs trainiert, Mann. Junge! Jawohl, getroffen. Alter. Jetzt hab ich Slow-Effekt oder sowas. Ah! Damn it! Ja? Ich steck fest in den Kopf. Wow, jetzt bin ich revald. Mann! Oh, Gott, ey. Ich will auch diesen, diesen... Was? Der Weg, den kriegst du nicht überall. Ich weiß nicht mal, ob du aus dem Bogen den bekommst. Doch, doch, das ist der Bogen. Hä? Nicht jeder? Oder? Das ist der Lucky Ball, der den Weg macht. Sicher? Ja, ja. Oh, mein Gott! Ich hab' ein noch viel krasseres Schwert bekommen. Oh, lol. Ich will dich gar nicht hitten. Oh, ich hab' ganz viele Teile. Alter. Ich bin einfach nur nach drüben. Oh, mein Gott. Ey, es ist viel zu wild. Ja, bau dich doch halt rüber. Aber dann greifst du nicht an. Hast du jetzt mein Zeug vernichtet hier? Ich glaub', deine Explosion hat grad die Hose vernichtet. Die ich habe... Aber wo geplant war. Wither chestplate, die will ich. Geil, Mann. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Nice. Nice. Wuhu! So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Oh, das war kurz. Was ist passiert? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Geil! Ey, was ist das für ein nicer Bogen? Yo. Haha. Und greif. Das kommt doch wieder so. Jawohl, Mann. Ich spreng dich einfach aus dem Leben. Was ist hier los? Oh, Gott. Oh, Gott. Ich brauch die Potion. Ich brauch die krasse Potion. Wo ist sie? Nein, 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 nein! Nein! Mann! Ich wollte mich gerade safen. Irgendwie. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter. Es ist wild. Es ist wild. Es macht aber so Spaß, ne? Jetzt bin ich in der Mitte. Ha! Waaat? Haha. Ins Beut geflogen. Geil. Oh, no. Jetzt kommt er wieder so, Alter. Oh, mit Wasser. Und du sprengst. Jawohl, Mann. So muss es sein, ey. Bitte was? Du kannst fast bridgen. Das ist gemein. Was heißt, ich kann fast bridgen, ne? Kann ich, ne? Kannst du nicht? No. Noch erwischt. Und... Nein! Hä? Du hast... Das Nether Star Swat, das habe ich auch. Aber... Mein Schwert macht 1000 Attack Damage. Ja, meins auch. Ich hatte aber, äh... Spawnschutz noch. Ach so, scheiße. Es macht so Spaß gerade, dieses Battle. Das ist richtig spannend, weil wir beide OP-Sachen haben. Jawohl. Oh. Ja, ja, ja. Wir haben beide OP-Sachen. Das ist das Ding. Einfach vom Weg. Pfff... 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 Nein! Ey! Ey! Hey! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ich erwische die ganze Zeit! Ha ha! Aber du fällst nicht runter. Oh, hey. Hast du ein Geschenk gebaut oder ist das ein Fernseher? Ja, ich hab keine Ahnung, was das... Was ist das, ey? Ich hab absolut keine Ahnung. Hast du rote Wolle benutzt? Nein! Ha ha ha! Das war ja viel zu einfach, David. Du hättest pinke Wolle nehmen müssen, weil du hast ein pinkes Geschenk gebaut. Ah! Upsi! Jetzt hol ich dich. Wow. Ich komme, David! Wuhu! Alter. Ich seh nichts! Ich seh nichts! Ich seh dich! Check aber nicht, wo du bist. Wo ist er denn? Ich muss dich aus dem Leben kicken. Wo bist du? David! Ja? Let's go! Wo bist du? Ich bin versteckt. Im Land der Träume oder so. Du bist in meinem Geschenk drin. Ich bin... Leiser! Aha! Nein! Ja! Hä? Wo bist du? Ich lebe noch. Was? Du fliegst da hinten rum. Wie geil. Ich hab dich, Mann. Du bist Riff. Niemand kann dich retten. Noch lebe ich. Oh, ich hab dich gehintet. Geht raus, Ben. Ja, Time to save. Ich hab keine Pfeile mehr. Du warst kurz vor meiner Wolle. Du hättest die locker gekriegt. Ja, gewonnen. Die Weihnachtsfolge. Lass ein Like, lass ein Abo.